Mach die Hände hoch! Mach die scheiß Hände hoch! Mach die scheiß Hände hoch! Mach die Hände hoch! Gott gib! Gott nimm! Entspend doch! Was ist los? Bin ich in Dubai oder was? Hallo, hallo, hallo! Komm mit jetzt! Hab ich euch euer Öl geklaut? Oder was ist passiert? Ich will mein Geld zurück, Junge! Alles Majo Schuld, Wallah! Weil du willst sein Geld zurück! Geh doch einfach vorne, bitte! Ich will sein Geld zurück, hat er gesagt! Das kann ja nur eine Person sein! Heute bekomme ich mein Geld zurück, ne? Geh doch einfach! Geh doch einfach! Hilfe! Entspend dich doch, was ist denn los? Guck mal, wenn du mich gehen lässt, du kriegst 200.000 von mir! Halbe Millionen! Halbe Millionen! VIP-Status im Dammit-Casino für immer und ewig! Ich brauch deine VIP-Status! Hält deine Frise! Komm, ich geh! Ich geh doch, ich geh trotzdem! Komm! Komm, ich geh trotzdem natürlich! Ja! Ja, okay, verstanden! Wo sollen wir hinfahren? Handy und Handschuh fahren! Handy und Handschuh fahren? Ich mach Kurs auf lautlos! Oder direkt! Warte, ich klär das! Schau, dass er sein Handy nicht benutzt! Er benutzt bestimmt sein Handy! Er benutzt sein Handy! Er benutzt sein Handy! Nein, nein, nein! Okay, ich pack's wieder weg! So, ich tue Handy jetzt in Handschufe! Okay! Okay, gut! Er hat immer noch nicht reingekommen! Jawohl! Jetzt, okay! Er hat reingekommen! Okay, gut! Sicher? Warte mal! Habt ihr ihn durchsucht? Nein, haben wir ihn nicht! Mein Handy ist doch da drin, alles gut! Vielleicht hat er ein zweite Handy! Ja, stimmt! Lass ihn mal durchsuchen! Durchsucht ihn mal! Durchsucht ihn mal! Welcher Mensch hat zwei Handys? Ja, viele Menschen! Ich sucht ihn beide! Alles gut! Ja, entspennt euch doch! Bleib einfach stehen! Bleib doch stehen! Bitte! Bleib doch stehen, Alter! Bleib doch mal stehen, Alter! Ja, okay! Ja, okay! Ja, okay! Bleib doch mal stehen jetzt, Alter! Mach du ihn! Mach du schnell! Scheiß nicht auf überleben! Oh, ich bin paranoid oder so, ich schwöre! Mach mal Hände hoch! Hier! Oh, nein! Nein! Sorry, sorry! Entspend dich doch! Komm runter, mach deine Hände hoch! Ich komm runter! Schnappt ihn euch! Hilfe! Hilfe! Ich jetzt winke! Bleib stehen oder ich erschieß dich! Okay, 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 okay! Bleib stehen oder ich erschieß dich! Es tut mir leid! Jetzt lauf! Los! Kann man einfach schnell sein Leben beenden? In sein Auto! Nein, ins Auto! Ich komm ins Auto! Ich komm ins Auto! Ich komm ins Auto! Dein Leben ist ihm noch was wert, Alter! Es tut mir leid! Es tut mir leid! Warte mal, hast du auf das Auto gesagt, Digga? Steigt ein! Ich schränke jetzt in das Auto ein, okay? Patron, wir haben Mario! Was ist das denn für ein Kindzeichen? Das S100! Ey, 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 ey! Der macht Tom Dings ja! Alles gut, alles gut! Mario! Was? Ich bin so ein Mario! Ich bin nicht mehr einziehen! Der Typ hat eben deinen Namen gesagt! Ich bin nicht dumm! Pascha hat deinen Namen gesagt! Hast du meinen Namen gesagt? Mario, du versteckte Stück Scheiße! Egal, Safis! Heute eh dein letzte Teil! Okay, okay! Jeder macht Fehler, Bruder! Ich bin eigentlich kein Krimineller! Mach so viel rum! Wir müssen Zeit gewinnen! Wie? Warum? Wir müssen Zeit gewinnen! Alles gut! Ich bin eben runtergesprungen und weil ich runtergesprungen bin, haben die das nicht mehr mit dem Handy bedacht! Das war gut, Leute! Du brauchst die Hände nicht mehr oben halten, Bruder! Bitte, tu die Hände! Nein, nein, einfach die Hände oben lassen! Okay! Halt die Hände hoch, Mann! Halt die Hände hoch! Tut mir leid, Jungs! Ich mache alles, was ihr wollt! Ich hab doch gar nichts gemacht! Versuch jetzt gar nicht, diese Dings zu machen! Du hast mich vorhin getacert! Ich hab gar nichts gemacht! Wirklich gar nichts! Ihr kommst zu mir, ihr wollt mich immer erfüllen! Ich hab doch gar nichts gemacht gestern! Treffpunkt war, ich denke ja dieser Flughafen dabei! Was ist für Flughafen? Was ist denn da? Nein, nichts! Alles gut! Du brauchst nichts alles! Warte, ich schließe kurz die Türen ab! Ja und Jungs, was hättest du gemacht? Denkst du, ich springe während der Autos aus der Tür raus? Bei dir schon! Ob du schon von einer Brücke springt? Ich springe auf dem Auto! Warte! Warte, die Reden! Tut mir leid! Könnte mir ganz zu leise sein! Wohin fahren wir jetzt? Tennis aus Flughafen, okay? Nein! Doch! Ich hab von Senior Tasty schon... Ja, okay! Alles, komm! Ich hab Senior Tasty schon gehört! Gut zu wissen, gut zu wissen! Wohin jetzt? Gut zu wissen! Der Herr Merkel hat also auch was damit zu tun! Alles klar! Sehr schön! Ja, Wallah! Wohin fahren wir jetzt? Ich nehme mich gleichzeitig an! Jungs, danke! Ihr habt schon eines gesagt! Guck mal, wenn ihr weiss wollt! Kann man mir bitte eines sagen! Überlegt euch genau so gut! Okay! Hör mir den einfach kurz ab! Hör mir den einfach ab! Ich f*** Dasty! Ich f*** euch! Ich f*** euch! Ich weiß, wo Senior auf uns wartet! Alles gut! Nein! Er hat mir gerade gesagt, wohin! Wo wir sind! Wofür wir jetzt sind! Dann musst du ihm antworten! Oder mach du das! Fahr schneller! Wollen wir den einfach abknallen? Daniel ändert sich, wo sie mir den Treffpunkt genannt hatten! Links! Links ist die Titanic! Links! Was für Titanic! Links! Guck mal! Wow! Ich hör sie leider nicht! Ich bin hier zu laut! Bitte ruhig nochmal! Hinter uns! Er hat kurz angehalten! Hör mir das unter fatto! Ja eh 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 eh! Über uns ein Helikopter! Hilfe! Hilfe! We computern oderoton und Treffer! Hilfe!!! Wir sind schon dabei Paletto! Hä? Das ist doch neben Paletto! Ich komme gerade nicht klar! Erst bleibe ich zur Angelartriebeamtung! Jetzt bin ich hier mit Mask.. Hä? Ja wir sind geflined! Dafür habe ich auch gesagt 90%?! Wir verkacken 10%?! Wir gewinnen! Wir schaffen das schon! Hilfe!!!!! ogl Пр poquito建ient! F*** mir dich, Digga. Lass ihn einfach irgendwo ziehen. Digga, dieser verdammte Helikopter, der f***t mich ab. Denkst du echt, du willst ihn jetzt losen? Wie kam der überhaupt? Wie kam der denn? Der hat, weil er Standort gegeben hat, hat er zu dem Motto. Ah, der ist für dich besser. Oh, dieser P*** hat mich gestern zweimal verhaftet. Als Mord da oben. Ach, da ist die Polizei. Was wollt ihr jetzt machen, Jungs? Guck mal, er gibt es nicht. Nein, 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 nein. Ich bin gef***t, ja. Wieso kannst du dich einmal lesen? Danke. Tut mir leid, ich bin wursch. Jungs, pass auf, ich hab euch ein Angebot, ein gemeinsames, das wir gehen auf die Titanic. Ich wohlt mit euch gemeinsam auf die Titanic und jetzt macht ihr so mit mir, jetzt wollt ihr mich empfohlen. Ja, 240.000 sind neuer. Sägewerk, Sägewerk, Sägewerk ist hinten. Sägewerk ist hinten. Bruder, nein, jetzt kommt da hinten das Auto, ich schwöre ein Auto. Ah, guck, Bruder. Er hat ein Handy, er hat ein Handy. Ey, mach dein Handy weg. Mach dein Handy weg, mach dein Handy weg. Ich hab kein Handy weg. Er hat ein Handy weg. Lass dein Handy weg. Wo soll ich das denn hin tun, der ist kein Platz mehr. Junge Mann, tut doch. Hallo? Tenor, wir haben ihn. Ja, der ist da, was machen wir jetzt? Wo soll ich das Handy jetzt reinlegen? Wohin soll ich das liegende Handy? Ja, wo sollen wir denn hinfahren? Ich hab ne Idee. Wir verstecken uns in der Stadt, oder? Hilfe! Hilfe, Hilfe, Hilfe! Was sollen wir tun? Steig sofort ein! Steig sofort ein! Hilfe, Hilfe! Mach die Tür auf, die Tür ist zu! Los jetzt! Häng die Fresse dahinten! Denkst du, ich weiß nicht, wer das ist? Ihr habt schon alles geleaktet? Die ganzen Pläne von A bis Z habt ihr geleaktet? Mach der mir einen auf. Ich kenne seine Stimme nicht. Hält es mal? Mit welchem willst du diese Freunde machen? Gott sei Dank hat du Senior Agagay Bescheid gegeben. Ja, das ist der Akum. Wow, die Idee ist krass. Was für eine Idee? Sag mal ruhig, ihr habt endlich verkackt, was wir im Verpacken kucken. Er hat deine Fresse dahinten. Sagt er die Idee war Kress? Wala macht er ja alles kaputt, ja. Wala macht er ja alles kaputt, ja. Was für eine Idee! Wir haben ihn! Sagt er mir, uuh, die Idee war Kress, uuh. Ihr habt alles rein geschissen, was man rein scheiße kommt. Guck mal, der eine, der sitzt. Reicht, reicht, reicht. Was ist das? Was ist denn mit dem einen da? Sag mal. Mit wem? Hier der, der entlang fährt. Denkt ihr, ist er Pablo Escobar hier durch den Tunnel? Oder was ist das? Umdrehen, umdrehen. Okay, wow. Jetzt hat er alles ge... Oh, er hat sich dem ge... Jetzt. inde, schau ich, schau ich. I will ihn bestimmt nicht nochmal heles Gucken heulヽ. To I and Hi el They. Siehst du, weg. Wивает mal eine Sekunde. Ingen方 Aktien. Wartet mal eine Minute. Bei deinem Handy die Hand nimmt verschießt ihr ihn. Alles gut. Ich hab kein Handy mehr. Ich verstehe mir Kopfschuss. Ich grübs mich kontrollieren, alles gut. Macht Licht aus, macht Licht aus. Macht die Licht aus! Du bist der Fahrer. Nein,iewser Bruder bitte fahr bitte. Ja, ha, da ist er doch. Ich hab noch einige Dings hier, اس hier엔. Was hast du? Groß einen Schrias. 、 Entschuldigung. Der fährt in den Tunnel rein, damit der eine weg ist, was passiert? Es kommen zwei. Fahr mal nochmal in den Tunnel rein, dann kommen drei Stück. Jetzt rede nicht mehr, als Maul. Ich sagte rede nicht. Haben wir letzte Chance. Letzte Chance jetzt, nochmal durch den Tunnel. Nein, für dich letzte Chance. Okay, ich bin ruhig, Entschuldigung. Dankeschön. Majo, kannst du türkisch singen oder bin ich ruhig? Ich bin ruhig. Bitte sing einmal, ich bin ruhig dann die ganze Zeit. Sing nicht mit, Verräter. Ich bin Verräter. Du willst mich entführen, ich bin Verräter. Und jetzt? Der Helikopter ist noch immer oben, ne? Bitte sei doch einmal, Leute. Okay, ich bin ruhig. Senor, die ist übrigens, aber wir müssen zurück zur Stadt gehen. Er weiß schon, wer du bist. Natürlich weiß ich, wer du bist. Er weiß, wer du bist. Warum verstehst du gerade deine Stimme? Ich weiß nicht mehr, genau. Einer von uns dreien hat aus Versehen gesagt, das Senor. Du weißt das, du Honk. Du weißt das. Sollen wir einfach auf das Helikopter schießen, oder was? Nein. Wenn wir stehen bleiben, kommen Dresch neue. Er hatte gefunkt. Du sagst, ob du jetzt zu scherz. Der wartet, der wartet, der wartet. Polizeiwagen. Mach genau den gleichen Plan. Polizeiwagen. Nein. Der Helikopter ist immer noch da. Der Helikopter ist immer noch da. Der Helikopter ist immer noch da. Der hat das gar nicht verstanden. Der hat das gar nicht gecheckt. Hat gut geklappt, Jungs. Was ist bei dir los, Bruder? Ihr wisst ihn ja. Warum machst du so? Was kann ich denn dafür, wenn ihr wollt mich hier führen? Alles wegen dir. Alles wegen mir. Hilfe, ich bin hier mit Hilfe unterwegs. Guck mal, der fliegt gleich hier raus. Ja, das Auto verkaufe ich Ihnen. Wie viel? Legen Sie auf. Alles wegen dir. Oh, über uns der Helikopter. Ich weiß nicht, wie lange wir noch können. Was? Wenn du ein Mann bist, dann hättest du mich angerufen. Dann hätten wir eine normale Deming gemacht zu Gesprächen. Ayo, sie halten jetzt ihr Maul oder ich werde sie persönlich erschießen, ja? Okay, Entschuldigung. Du mir leid. Hilfe, Hilfe. Alles gut, wir kaufen nur ein Auto und können weiter fliegen. Alles gut, wir sind normale. Das Auto ist auf jeden Fall. Lackiert, also wirklich nicht schwarz. Ja, Mann, Polisgeld, aber okay, dich. Es ist so, als ob das wir tun, wie wir reden, okay? Ayo, mach einfach mit, okay? Ja, ich mach mit. Ja, ich würde das Auto erwerben. Ja, das Auto ist auf jeden Fall, äh... Ach, echt? Auch mal gemerkt, nach 10 Minuten. Ja, super. Das Auto ist frisch lackiert, Ayo. Das verkocht ich Ihnen für einen guten Preis. Oh, ich hatte Tempomat die ganze Zeit an. Ja, Mann, jetzt bist du viel schneller als Eben. Jetzt entkaufst du den Helikopter. Boah, das sieht wirklich. Wie lange wollt ihr fahren, bis kein Tank mehr da ist? Wenn es sein muss. Ich hab nur Angst vor Gott. Fert mal zum Casino, die Jungs machen auf. Oha. Guck mal, wenn ihr mich jetzt... Was sollen wir jetzt tun? Ich mache euch ein Angebot. Obwohl ich brauche euch kein Angebot machen, weil ihr seid ihr am Arsch. Ja, Hilfe! Hilfe! Nein, nein! Ja, das Auto ist frisch, ja. Ja, voll schön. Hilfe! Ja, voll schönes Auto hier. Ein Preis zweiterhand, natürlich, ähm, kann ich eben reichen. Ich gehe zu Human Labs. Ja, das Auto ist dann auch auf Ihren Namen angemeldet. Schau mal, ich bin bei ihm! Schau mal, ich bin bei ihm! Hey, 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 hey! Okay, okay, Terminator auf einmal. Dings Actionfilm. Will Smith. Was? Fast Furious. Pass ab. Wir werden ich dann, Bruder. Wir gehen zu Human Labs. Wir gehen zu Human Labs. Was willst du da? Warum? Wir müssen da hin. Ja, komm, fahr hin. Ja, fahr, 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 fahr. Ja, fahr, 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 fahr. Da sind wir sicher und wir haben eine Geisel. Halt deine Presse. Hä, ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Zürich, fahr, 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 fahr. Wir sind direkt auf Polizei. Direkt auf Polizei. Ey, 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 ey. Wir sind nicht weg. Die haben doch keinen. Senior Tasty gerade, alter. Ja, woll, Senior Tasty soll geritten werden. Ey, woll, wir kippen den jetzt hier. Wir kippen die Kokos. Stehen bleiben, stehen bleiben. Nein, nein, nein. Nein, nein, bleib stehen. Der soll richtig geritten werden. Der Senior Tasty. Hey, mach es. Vielleicht macht ihr ja so weiter, denn er wird in der Welt bei Mackies. Ja, machen wir, machen wir, machen wir. Jungs, da ist eine Hydra. Die Amy ist da, die Amy ist da. Die Amy ist da, da ist eine Hydra. Fahr rein, fahr rein. Oh nein. Scheiße. Oh, oh. Was ist das denn hier? Ich hab hier richtig Kopfschmerzen. Ja, ich war schön hier. Hä, gut geklappt, euer Plan. Fahr raus, fahr raus. Nein. Geht nicht. Wir haben Kopfschmerzen über Human Labs, aber richtige. Ja, gefilgt, gefilgt. Schau mal, gefilgt. Gefilgt, gefilgt. Gefilgt, gefilgt. Gefilgt, gefilgt. Ey, ich hab... Leg mal auf, Bruder, bevor ich sterbe. Verstehst du nicht, oder? Wir töten die Geisel. Ey, nicht wiederkommen, oder? Wir töten die Geisel. Walla, ich hab riesen Kopfschmerzen. Ich töten die Geisel, wenn sie näher kommen. Wo ist der? Nein. Bleib beim Auto, bleib beim Auto. Hier kommen wir doch hoch, guck mal. Ey, die... Jolla, weiter. Geh weiter. Ey, Bruder, hier ist... Jungs, das geht nicht. Könnt ihr vergessen, das... Walla, das ist nicht gut zu machen. Beweg dich nicht, bewege dich nicht. Bleib stehen. Wo ist der denn? Wir können gerne ins Auto einsteigen und nach vorne. Arabanen... Schiebitte, bitte. Schiebitte, bitte. Was willst du denn, bitte? Hey, nicht mehr, komm. Bitte, was willst du? Bitte, was willst du? Psst, Ruhe. Ja, also... Wir bleiben jetzt hier einfach. Wie ich das jetzt mache, bleibt hier. Denkt ihr nicht, das klappt noch? Beweg dich nicht. PASHA! Hallo, hallo, hallo. Ich bitte, dass ihr Deutsch redet in meiner Gegenwart, ja? Ich hätte einen Whisky. Wir gehen unter, we gentlemen. So, ich habe zu viel Sympathie-Punkte mit dem aufgebaut, Bruder. Auf jeden Fall, ich kann ihn nicht mehr schießen, ja? Okay. Auf jeden Fall, ich kann ihn nicht mehr schießen, ja? Komm an, Bruder. Wie willst du mit deinem Hatschi? Sag mal. Los, komm mit, komm mit, los, komm mit. Jetzt? Hilfe! Bleib stehen, oder ich bring dich um und jetzt komm mit! Jungs, komm gleich! Jawohl, jawohl! Ja, okay, warte! Hihihi! 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 Wo bleiben die? Oh mein Gott! Der Speedy ist schon da! Mach mal so, dass du richtig ratschst. Schreib mal so, Hilfe! Hilfe! Jawohl, mach weiter! Hey, nicht zielen! Nicht zielen! Ich mach Hilfe! Hey, der Herr, nicht zielen! Warte, haben die Crocs an, Alter? Hörst du Crocs an? Guckst mich so an, ja! Guck mal nach hinten, guck, ob sie von hinten kommen! Hilfe! Hörst du? Hilfe, Hilfe! Hörst du, Hilfe! Hörst du? Hörst du, Hilfe, Hilfe! Hörst du, Hilfe, Hilfe! Hörst du, Hilfe, 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 Hilfe! Hilfe, 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 Hilfe! Hörst du, Hilfe, Hilfe, Hilfe! Das werden Sie schon merken. Ich kommuniziere mit Ihnen. Ich möchte nicht, dass Sie reinkommen. Wir können. Das stimmt. Ich möchte aber nicht, dass Sie noch einen Schritt vorwärtskommen. Genau wie Ihr Kollege, der da hinten durchgehend zielt und die Geisel damit gefährt, ja? We are only here for peace and love, no more anymore, you can't play the game with me, period, bitch. Was, noch mal? Peace and love, guys. We are here today for doing peace, no more, no more anymore on this wall, please. Don't play the game with me, you can't play the game. Hilfe, Hilfe, is this for me? Hilfe, is this here for me? Sie bleiben jetzt einfach sitzen und bewegen sich nicht. Ruhe! Ich seh dich nicht. Tamam, reich, Safi. Ich kenn euch nicht sehen. Ja, gut so. Halt die Augen zu. Ich seh euch wieder. Und ist nicht, ne? Reicht, reich. Oh, der ist nicht. Nein, nein, tut mir. Wer ist da? Hallo, reden Sie laut, reden Sie laut. Hä? Was macht der? Hä, was macht der denn da? Oh mein Gott. Was? Ich hab nur Angst vor Gott, hab weh weh. Nur Angst vor Gott, die Runde. Bitte, bleib doch einfach stehen. Ja, was soll ich denn machen? Ich bin doch. Einfach stehen bleiben. Hände hoch, Hände hoch, bitte. Wo ist der Mario? Bitte, geh mal wieder hier rein. Wo ist Mario? Mehr rein, mehr reingehen. Wo ist der denn? Hier da hinten, komm. Ich zeig dir, geh nach vorne. Der liegt da. Der liegt, der Mario, oder was? Hier ist der. Hältst du doch lieber die VIP-Roller angenommen, ne? Nein, ich hab nicht angenommen. Jungs, haltet mal den Waffen bitte ran. Ich muss kurz was machen. Ja, ich mache, ich mache. Wo gehst du hin? Kannst mal stehen bleiben, bitte. Ich muss auf den Klo. Kannst du hier warten, ich komme gleich? Ich würde gehen nicht gehen. Ich bin mit Ayo drinnen. Ich bin alleine mit Ayo drinnen. Komm. Ich würde gehen pingeln hier. Er ist bei mir. Drinnen. Human Labs. Er... Dann pinkeln wir mal in so ein Chemiegläschen, ne? Alles wie die Wissenschaft. Seid ihr bereit? Hallo? Wir haben es geschafft. Ich glaube, sie sind weg. Das hast du davon. Nimm dir meine Nase. Das kriegst du davon. Keiner legt sich mit mir ein. Denn ich bin... Ejudel Ulrike. Soll jeder kommen in der Welt. Es war eine schwierige Zeit. Ich dachte, ich komme nicht mehr zurück. Wissen Sie das? Ich habe schon gedacht an meine Familie. Wer soll in der Mitte, dass ich hier gestorben bin? Ja, alles gut. Ist das schon alles gut? Entschuldigung. Hat sich das meinen Arzt angeguckt? Scheint schizophren zu sein. Der lebt doch. Was soll das eigentlich? Okay, bitteschön. Sie werden jetzt mit diesem Overwatch-Stein geflogen, ja? Der Herr möchte einmal zum Casino auf dem Dach. Alles gut. Mir wollten ein paar Leute ins Bein pissen. Ich werde jetzt von der Polizei escortiert zum Casino. Einmal rund um sich an. Ja, entfernt sich von den Rotorblättern. Mach mal ein Brandy am Dach. Ich komme gleich. Bis gleich. Wo genau am Dach? Ich lande auf dem Helikopter-Länderplatz. Ein paar Sekunden später. Da steht schon einer. Mit den, äh, der mit den Leuchstäben. Danke. Bis dann. Oh. Bis dann. Bis zum nächsten Mal.